Scheiße, war das hier nicht mit dem heißen Dampf? Ähm. Da ist heißer Dampf. Ich glaube, da ist Schaufelrad. Okay, durch, 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 durch. Und ducken, 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 ducken. Und wir müssen jetzt gleich Luft holen. Und da hinten, das sieht so nach Luft holen aus. Alter Schwede. So, wir müssen auf jeden Fall gleich irgendwie in die Richtung da weiter. Och, komm, ich weiß nicht, was uns erwartet. Ach, jetzt ist das hier, wo die Tür ist. Na super, ja gut, aber die Energie haben wir noch. So, ich habe gesagt, wir müssen da weiter in die Richtung, ne? Dann, oh, schalte ich mal lieber hier drauf um. Und weiter geht's. Boah, ist das spannend, ey. So, da, alter, hier werden wir ja richtig hin und her katapultiert. So, erstmal hier raus. Oh! Geil, dass der sofort auf die Magnum umgeschaltet hat. Das war gut. Oh. Herrlich. Was ist jetzt hier? Ach, da sind wir auf der Seite. Aha. Bleiben die aus? Bleiben die aus? Die scheinen auszubleiben, oder? So könnte das ganz gut aussehen, ne? Falls die so bleiben. Falls die so bleiben. Und ich sollte abspeichern. Was ist jetzt hier? Ah. So, jetzt laufen die alle in die richtige Richtung, nämlich nach vorne. Auch das mittlere. Müssen wir mal gucken, ob das so richtig ist. Oh, shit. Zwei Stück von den Dingern. Na super. Und hat sich das gelohnt? Drei. Ich werde bekloppt. Nein, es hat sich nicht gelohnt. Hier ist nix. Oh, scheiße. Aber vielleicht hätten die uns hinterher von unten beschossen. Das kann natürlich sein. Oh, Gott. Gott, wir schalten mal hier drauf um. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, ne? Abgespeichert haben wir ja. Was soll uns passieren, außer dass wir sterben? Äh. Äh. Ich würde jetzt gerne hier drauf. Ah. Boah, ist das, das, das ist aber auch verdammt schnell hier. Hilfe. Da kriegst du ja Angst. Das ist ja sauschnell hier. Da werden die Daten geladen. What? Jetzt geht's langsamer, komischerweise. Es hat so ein Bekl... Lalalalalalalalalalalalop werden. Äh. Ich hab keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier her. Und nach dem, was ich da so sehe, ist das, glaube ich, auch hier der richtige Weg. Und ich sage jetzt mal nicht, wie das hier aussieht. Nein, ich sage es nicht. Oh, wow, 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 wow. Da haben wir so Stempel. Ich weiß nicht, wollen wir uns abstempeln lassen? Nein, ne? Ich glaube nicht, dass wir uns abstempeln lassen wollen. Alter, da geht's im Backofen rein, oder was ist los? Scheiße. Aber ich befürchte, wir müssen hier rein, wa? Oh, doch kein Backofen. Das ist schon mal gut. Äh, pass mal auf. Wenn das kein Backofen ist, dann nutze ich mal eben die Stelle, um zu speichern. Ich vermute mal, dass wir wohl dahin müssen. In die Richtung. Jetzt müssen wir mal gegen das Laufband ankommen. Ich mache mal Taschenlampe an. Hä? Doch nicht? Doch, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Alter Schwede, da habe ich jetzt gerade schon selber dran gezweifelt. Hm. Da sind Öfen, ne? Ich weiß nicht, sollen wir da mal rein? Sollen wir uns mal knuspern lassen? Oh, oh. Also, ich weiß wirklich nicht, ob wir hier überhaupt richtig sind, ne? Das, äh... Da habe ich jetzt gerade mal so eben... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir gehen mal eben kurz hier runter. Alter Schwede. Ich weiße... Ich speichere jetzt trotzdem einmal ab. Ach, da geht's gar nicht weiter. Ja, leck mich am Arsch. Ja, gut. Dann mal einfach weiter, ne? Aufs Laufband. Ey, Moment mal. Von hier... Kamen wir nicht dann von hier? Ja, keine Ahnung. Genau, wir sind, glaube ich, da rein, ne? Da zurückgelaufen. Okay. Hier waren wir... ...noch nicht... ...gewesen. Scheiße. Scheiße, und das sieht ziemlich heiß aus. Hier sollten wir schnell durch. Oh, shit. Pass mal auf. Mal eben schnell speichern. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir hier... Ne, das Band scheint von hier aus zu kommen. Alter, wie viele Bänder sind denn hier? Und wo müssen wir hin? Da waren wir doch schon. Aber da scheint auch nichts... ...zu sein. Wenn ich jetzt wüsste... ...vielleicht hier? Oh, scheiße. Bestimmt. Aber dazu müssen wir erstmal den Scheiß da wegmachen. Das ist eigentlich schon eine Einladung, ne? Dass das wohl richtig ist. Dass wir da hin müssen. Ähm... Komm, speichern. Oh, 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 oh. Oh, ja, wir sind garantiert richtig. Scheiße. Scheiße. Nein. Jetzt müssen wir mal die Bänder wechseln. Ich werde bekloppt. Alter. Alter. Falter. Ich speichere mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt nochmal die andere Seite hätten nehmen müssen. Oder ist das wurscht? Verbinden die sich hier? Wäre natürlich geil. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind richtig. Alter. Taschenlampe aus. Speichern. Drei Hertz. Attacken weniger. So. Was? Ach, da. Ach, so eine kleine Müllverbrennungsanlage hier. Oder wie? Oder was? Ähm, komm, wir nehmen mal das hier. Äh, da werden wir auf jeden Fall wo rein müssen. Ja, 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 ja. Oh, oh. Ja, toll. Haben wir uns auch noch einen Bruch zugezogen. Ja, ja. Diagnostiziert, diagnostiziert. Diagnoster, Diagnoster. An deine Knosper. Wow. So, pass auf. Auch wenn jetzt gleich geladen wird, aber wir speichern trotzdem mal eben schnell. Da, zack, da wird geladen. Fragwürdige Ethik. Aha. Fragwürdige Ethik. Oh. Oh, oh. Scheiße, da sind die Viecher. Alter, muss das sein? Oh, oh. Dass die so viel aushalten. So. Scheiße, Mann. Die haben richtig viel ausgehalten wieder. Da ist ein Muni für die Magnum. Oh, oh. Erstmal eben einmal speichern. Da steht alles unter Strom. Kriegen wir da auch schon eingezieselt. Cool. Klappte. Geil. Der Strom scheint gekappt worden zu sein. Wir haben nur noch vier Schuss. Also seit unserer Festnahme sieht das natürlich nicht ganz so witzig hier bei uns aus. Aber wir schlagen uns und schießen uns natürlich hier so durch. Und das, wo wir so beschissen bewaffnet sind. Oh, das sieht jetzt hier richtig aus. Wir scheinen jetzt hier richtig im Forschungskomplex zu sein. Ne, ne? Alter, was haben die hier sich rangezüchtet? Schade, können wir nicht drücken. Ich dachte, wir könnten den da irgendwie vernichten. Was hat der denn da? Hat der noch seinen Bauchnabel dran? Ach, du Scheiße. Was? Wie zu? Wollen die einen verarschen? Wieso ist hier zu? Ah, Moment. Hier ist ein Schutzglas drauf. Eine Sekunde. Scheiße. Ich habe einen Außentermin. Ich muss weg. Oh, ist der jetzt abgehauen, der Arsch? Scheiße. Scheiße, der ist abgehauen, der Arsch. Ich hatte gehofft, dass der hier irgendwie bleibt. Na? Oder war das auch Gestöne von dem Typen? Scheiße, wenn wir das jetzt wüssten. Nein. Okay. Das können wir schon mal vergessen. Äh, wir haben noch die Magnum. Wir müssen den Typen umpusten und dem sofort sein Dings nehmen. Und dem genau sofort sein Maschinengewehr abnehmen. Alter. 25 Schuss. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. So, war hier noch irgendwas gewesen? Ich befürchte jetzt mal nicht, ne? Ne. Außer, dass hier der Alarm ist. Ist da nix. Alter. Wir müssen uns natürlich jetzt wieder von ganz von vorne aufbauen. Was hier Waffen angeht. Muni angeht. Irgendwas stimmt ja nicht. Hey, das macht nichts da oben. Ist alles abgeregelt. Der einzige Weg, hier rauszukommen, wäre jemanden zu finden, der eine Berechnung für den Scanner hat, mit dem die vordere Tür aufgeht. Ich bin sie mit... Sieht so aus, als würde sich das ganze Training auf dem Schießstand heute auszahlen. Okay, ziemlich durcheinander, aber wir brauchen also jemanden, der irgendwie Zugang zum Scanner hat und vorne eine Tür aufmacht. Irgendwie so die Ecke. Und die Daten werden geladen. Und die Daten. Und wir speichern. Oh Gott. Scheiße. Wir haben doch keine Muni. Alter. Was haben wir denn jetzt eigentlich? So, nehmen wir mal die Schrot. Scheiße. Ich habe jetzt ja gute Granaten verschwendet, ey. Aber es war alles leer gewesen und ich wusste jetzt nicht so genau, was sollte ich machen. So, erstmal Anzugenergie nachtanken, hier würde ich mal sagen. Das ist schon mal das Erste. Was man machen sollte. Alter Schwede, ey. Ist das krass. Wir müssen hier echt gucken, wie wir das hinkriegen. Mit Muni, etc. Hatten wir da hinten nicht auch noch welche? Erschossen. So, da haben wir noch ein bisschen Muni. So, und das wird wahrscheinlich jeder Scanner sein. Die Tür, wovon der gesprochen hat. So, das heißt, ähm... Die Folge ist jetzt hier zu Ende. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen vielleicht doch noch hier so für Half-Life 1 begeistern kann. Würde mich jedenfalls freuen, weil, ja, beim meisten ist ja so, wenn sie die Grafik sehen, ach nein, nö, mittelalterlich und so. Aber wie gesagt, das ist, trotz der leider neuen Bugs, die jetzt dabei sind, äh, finde ich immer noch eins der besten PC-Spiele überhaupt. Und ja, wie gesagt, für jeden, den ich dafür begeistern kann, bin ich froh. So, und, äh, ja, guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr dann auch, wie ihr zur Homepage kommt, reißgrafen.tv.de und so weiter. Und jetzt mal kurz, ich bedanke mich bei euch nochmal fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich sage Tschüüss! Tschüüss!